So, ich habe gesehen, ich habe noch genug Zeit auf der Speicherkarte. Da zeige ich euch jetzt doch nochmal meine Hütte. Im Eukalyptuswald. So, da ist er. Das ist mein Reich. Wie schon erwähnt, hier wird man herrlich von den Spatzen geweckt morgen. Sie sehen uns, die singen wie die Verrückten. Mein Auto, meine Villa, ganz hinten mein Strand. So, ich gehe mal kurz rein. So, mein Bett. Meine Küche. Oh, da sieht es ja aus. Moni wird schimpfen. Siehst du, da haben wir Platz für vier. Nicht alleine. Alleine, alleine. Ah ja, aber das ist doch ein schöner Urlaub. Ich muss sagen, da kann man nicht meckern. Hier das Hinterland mit den Bergen. Ja, so, jetzt habt ihr das auch alles gesehen. Ich kriege da noch die Kakteen. Zu sehen. So, das war es dann jetzt aber. Tschüss. Tschüss.